Dr. Löwenherz haben Sie sich um die Enthaftung bemüht oder wie ist die Enthaftung zustande gekommen? Diese Enthaftung hängt zusammen mit der Änderung der politischen Linie im Zuge der Behandlung der Frage in Österreich. Ich verstehe das richtig, Sie haben also keinen Einfluss darauf gehabt. Ich habe die Staatspolizei Leitstelle Wien gebeten, Dr. Löwenherz zum Amtsdirektor der Kultusgemeinde Wien zu bestellen, damit er dort die Arbeit nach dem Prinzip der Auswanderungsbeschleunigung übernimmt. Dann heißt es weiter hier. 200.000 Reichsmark bezahlten Sie bereits. Engels muss weitere Antreibungen vornehmen. Sind das Kontributionen, die Sie angeordnet haben oder eine sonstige Stelle? Gott, dass die jüdischen Organisationen nunmehr wieder zu arbeiten hatten, nachdem sie einige Wochen versiegelt und geschlossen waren und ihrer Funktionärin in Haft saßen, die Gelder seitens der Staatspolizei sichergestellt waren, musste nun die Kultusgemeinde sehen, dass sie ein Anfangskapital zur Inbetriebssetzung bekam. Engels war der Vertreter von Dr. Löwenherz und Engels war nun bemüht gewesen, auf ihm bekannten Wegen dieses Anfangskapital zur Ingangsetzung der Organisation aufzubringen. Das wurde mir berichtet und das habe ich dann weitergegeben, denn das war die Initialzündung von dem Kapitel der Finanzierung ausgesehen. Dr. Löwenherz Dr. Löwenherz Das heißt an einer weiteren Stelle, die mit Sturmbahnführer besprochene und von dir seinerzeit ausgearbeitete große Linie unserer Arbeit, in Österreich habe ich gestern Freitag, der noch von gar nichts wusste und Hasselbacher mitgeteilt, sodass hier alles gleichgerichtet ist. Können Sie bitte diesen Satz erklären? Ja, ich bin. ... kaffee schnabdom binnino im 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 schurbenfuhrer itchaa yufschallikro bediuk alem hodati etmol leishuv yufschallikro scherlo yadak lal alkaf wala tsipala zot ule hasselbach etmol biyom shishi atyatsala hasbirto die mit dienstchef besprochene oberstuhl zeschef freitag zeschef 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 prefi Gesprochene und von dir seinerzeit ausgearbeitete große Linie unserer Arbeit in Österreich habe ich gestern Freitag, Klammer Satz, der von gar nichts wusste, Klammer geschlossen, und Haselbacher mitgeteilt, sodass hier alles gleich gerichtet ist. Obersturmbandführer ist SIX gemeint, das war der Handchef. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich darf dazu Folgendes sagen. Die Generaltendenz der geheimen Staatspolizei war seit 1933, wir schreiben hier das Jahr 1938, verbieten, auflösen, zuschließen, in Haft nehmen. Nun war bezüglich der Lösung der Judenfrage seitens des SD-Hauptamtes eine andere Auffassung, hatte sich eine andere Auffassung breitgemacht, nicht nur gegen die bisher gehandhabten Praktiken des geheimen Staatspolizeiamtes, sondern auch des Auswärtigen Amtes, wie dies Dokumente schon bewiesen haben. Diese Tendenz des SD hieß, Auswanderung dazu musste man gerade das Gegenteil von verbieten in Haft nehmen, an die Tagesordnung bringen, nämlich Schaffung von Organisationen, die diesen Zielen dienten. Und nachdem die Beamten der geheimen Staatspolizei hierüber nicht Bescheid wussten, wie zu verfahren ist, habe ich in Wien als erstes einmal die zuständigen Beamten der Staatspolizeileitstelle Wien, die Assessoren und dem Regierungsrat, diese Linie entwickelt. Unter Freitag ist der Assessor Freitag zu verstehen, der um jene Zeit in Wien saß. Hasselbacher war Regierungsrat und hatte neben Judenfragen auch andere, ich glaube Kirchen und so weiter. Musste also auch hier diese Sache mitgeteilt bekommen, denn er war letztlich derjenige, der auf dem Dienstweg ihn vor Schlag bringen musste, musste, dass die von der Staatspolizeileitstelle Wien inhaftierten Personen zugeschlossenen Organisationen wieder aufgemacht werden konnten, denn der SD hatte ja keinerlei exekutive Befugnisse. Befugnisse. Das war glaube ich. Es ist eine andere Art von der S.D. im S.D. für die Sicherheit. Es ist nicht so, wie es war, bis zu dem Schottel der Schottel, der Schottel, der Schottel und der Schottel, der Schottel und der Schottel. und nicht nur für die Ergäste, sondern auch für die Ergäste, sondern auch für die Ergäste, die sie in der Stadtverlangen haben, und die sie in der Stadtverlangen haben. Und bevor man die Ergäste und die Ergäste in Wiener nicht wussteht, hatte sie auf die Ergäste über die Ergäste und die Ergäste. Als ich hier über die Ergäste über Freitag sprechen möchte, die er die Ergäste anwohlen, und wenn man über Hasselbach spricht, die Ergäste anwohlen, wo er die Ergäste in Wiener nicht mehr über die Ergäste, die Ergäste anwohlen, und die Ergäste anwohlen, die Ergäste und die Ergäste und die Ergäste anwohlen. die Ergäste anwohlen, zum Beispiel durch die Ergäste anwohlen und die Ergäste, ... Der zweiten Seite ist eine weitere Stelle, die befasst sich mit der Erfassung des Materials im Archiv. Das ist wohl das jüdische Archiv und es ist etwas von den Jahrbüchern erwähnt. Wollen Sie erklären, welche Bewandtnis es damit hat? Bezüglich des genannten Archivs in Eisenstadt glaube ich, mich zu erinnern, dass, ich weiß nicht, ob der Name stimmt, aber es ist mir so, als ob es sich um das Museum Wolf gehandelt hätte. Das war eine, glaube ich, private Angelegenheit, dem auch ein Archiv angeschlossen war und wo in, ich glaube, ausschließlich historische Angelegenheiten hinterlegt wurden, die sich bezogen auf die engere politischen Angelegenheiten zwischen dem Burgenland und Ungarn. Genau weiß es aber nicht mehr. Ich hatte jedenfalls den Befehl bekommen, dieses von der Staatspolizei in den ersten Tagen... Von Eichmann, wieder an Hagen, an Herbert. Dort ist im dritten Absatz auf der ersten Seite gesagt, dass der Präsident der israelischen Kultusgemeinde Wien, Dr. Friedmann, er schub aus Dachau nach Wien gekommen sei. Er sitzt zur Zeit im Gefängnishaus und steht für Rückfragen zur Verfügung. Wollen Sie diesen vorgang erklären? Dr. Löwenherz, begann in der Folgezeit, wie dies natürlich war, an mich nun alles heranzutragen, wo er irgendwelche Schwierigkeiten hatte oder wo er irgendetwas gerne erledigt haben wollte, es selbst aber nicht erledigen konnte, weil er eben an diese Stellen nicht ankam und nicht vorgelassen wurde. Darunter zählten die Ansuchen Dr. Löwenherz, dass der und der und der verhaftet worden wäre, dort säße und hat gebeten um Bemühungen zur Freilassung. Darunter gehörte auch das Bemühen Dr. Löwenherz, die Freilassung von dem früheren Präsidenten der israelischen Kultusgemeinde Wien, Dr. Friedmann zu erreichen. Ich sagte, ich hatte keine exekutiven Befugnisse. Ich musste jetzt nun selbst den Weg antreten zur Staatspolizei-Leitstelle Wien und musste bittlich werden, damit man diesem Ansuchen stattgibt. Ich kann heute nicht mehr sagen, ob er freigekommen ist. Ich glaube ja, denn hier raus geht hervor, dass es mir zumindest gelungen ist, ihn wenigstens aus Dachau wieder nach Wien zurückkommen zu lassen. Und ich nehme wohl an, dass er auch aus dem Polizeigefangenen Haus in Wien freigekommen ist. Genau, kann ich mich nicht mehr erzählen, wie das ausgegangen ist. Vielen Dank. Ich glaube, dass er noch nicht mehr als Dachau wieder nachdem, und es war nicht mehr als Dachau wieder nach dem Befugnis. Der Befugnis ist ein Beispiel für die Verwirknis, die Befugnis, die Befugnis und die Verwirknis, die Befugnis, die Befugnis, der Befugnis, die Befugnis, Ich bin der Dr. Friedmann, der war, vor allem, Nessie Wadah-Kahilah-Jahudin, in Wiener. Ich habe schon gesagt, dass es nicht so ist, 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 dass es nicht so ist. . Dann ist auf Seite 2 dieses Hand beschrieben und schrieben. Gemäß einer Verordnung oder Anordnung des Reichskommissars für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich wurde der Führer des SD-Oberabschnittes Donau, Stalicke, mit der Leitung der neu errichteten Zentralstelle für jüdische Auswanderung bestellt. Ich wurde vom Stalicke als dem Führerleiter des SD-Oberabschnittes, der mein Vorgesetzter war, mit der Durchführung der Aufgaben betraut. Es gab nach dem damaligen Reglement drei Stufen, die gewisse Zuständigkeiten und Vollmachten im Hinblick auf Entscheidungen bei Dienststelleninhabern bewirken. Die unterste Stelle hieß mit der Durchführung der Geschäfte betraut, dann die nächste Stufe hieß beauftragt und wenn er der definitive Leiter war, so hieß es Leiter dieser Stelle. Stalicke war der Leiter, ich war betraut. Ich hatte sämtliche Angelegenheiten, ihm zur Entscheidung vorzulegen und um Weisung zu bitten. Selbst war ich aus eigener Initiative nicht befugt, irgendwelche Weisungen zu erteilen, selbst auf diesem Gebiet des Auswanderungswesens nicht. Stalicke war der Leiter. Bergeruesto, vorwär die Mitglied der Högerischen Siebergeung der Leiteragen fragte sichsmittтоб? Und von wel Clayen Chairman und Bef C تھ TWO K diy, die beauftragung der quelle interestingen GeschwOME ist, in welchem Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe mich nicht nur mit Auswandern, sondern auch mit Schlafnamen, Festnamen, wie war Ihre Einstellung, Ihre Beschäftigung im Verhältnis zu dieser Ausübung der Tätigkeit? Ich hatte keine exekutiven Befugnisse, denn dies hätte zur Voraussetzung haben müssen, dass ich dem Geheimen Staatspolizeiamt oder der Geheimen Staatspolizei, der Staatspolizeileitstelle, hätte überstellt werden müssen, sei es kommandierungshalber, sei es versetzungshalber. Ich war aber Angehöriger des SD-Oberabschnittes Donau, der vom SD-Hauptamt nach dorthin versetzt wurde. Natürlich hat der SD bei Sicherstellungen und Beschlagnahmen und auch Festnahmen zugegen sein können. Er jedoch, der SD-Angehörige, durfte weder eine Beschlagnahme aussprechen, noch eine Sicherstellung vornehmen, noch eine Verhaftung vornehmen. Deswegen gingen meistens in solchen Fällen ein SD-Angehöriger mit einem Beamten der Geheimen Staatspolizei. Das Interesse des SD-Angehörigen bei diesem Akt war die nachrichtendienstliche Angelegenheit in erster Linie, weil dieses das A und O des SDs gewesen ist, um jene Zeit. Das war ich nicht. und dort habe ich an dem S.D. und es gab keine S.D. Es gab keine S.D. die S.D. die S.D. die S.D. die S.D. das nicht möglich war, aber es gab einen solchen S.D. deshalb war der S.D. die S.D. die S.D. die S.D. die S.D. und von einem Mann der Moschtern der Kirche der Kirche. Aber in dieser Zeit war der Beobachtung, der E. und der Taf, der S.D. Nun war die Tätigkeit der Zentralstelle in Wien, ich frage mich keine Nachricht. 1.14 in dem Dokument. Der Grund ergibt sich aus dem Dokument selbst, denn die Juden polnische Staatsangehörigkeit sollten festgenommen werden. Es war allgemein bekannt, dass gerade im Südostraum, zu dem auch Österreich zählte, eine relativ große Anzahl Juden ihrer polnischen Staatsangehörigkeit nicht abgelegt hatten. Und da der Funktionärkörper der Kultusgemeinde in Wien, das Palästina-Amt, die übrigen Institutionen, die beiden Fonds, die arbeiten konnten, jedenfalls der gesamte jüdische organisatorische Apparat, einen ziemlichen Prozentsatz Juden polnischer Staatsangehörigkeit beschäftigt hatte, musste die Staatspolizeileitstelle von mir eine Liste anfordern mit den Namen und Anschriften dieser betreffenden Juden, damit sie auf alle Fälle von dieser Aktion ausgenommen wurden, denn sonst hätte ich ja die Auswanderung nicht mehr durchführen können. der Kultusgemeinde in Wien der Kultusgemeinde in Wien und die auf der Kultusgemeinde in Wien der Kultusgemeinde die und der Kultusgemeinde in Wien der Kultusgemeinde es um diesesテürbet die Grenier zauber zum Beispiel die die Nachbarschaft der Kultusgemeinde der Kultusgemeinde die ... Ich gehe über ... ... Herr Zeugen, wollen Sie dazu Stellung nehmen, was Sie auch das Telegramm veranlasst hatten oder ob Sie schon vorher in der Angelegenheit tätig waren? Ich hatte gerade das jüdisch-organisatorische Gebilde auf die Beine gebracht und wie die Handschreiben, die eben behandelt wurden, zeigen mit viel Freude und Interesse, da wurde es mir zerschlagen. Als ich davon das erste Mal hörte, dass hier Befehle ergingen, die Amtsgebäude und so weiter in Brand zu setzen, da galt mein erstes Bestreben, die sofortige Sicherstellung des gesamten Aktenmaterials, das ich nun in dem fast inzwischen verlaufenen halben Jahr angesammelt haben mag, die gesamte Korrespondenz mit dem Ausland, kurz und gut, alles das, was bisher mühsam aufgebaut war, wollte ich den Flammen retten. Zum Teil ist es mir gelungen, zum Teil ist es mir nicht gelungen. Denn das Dokument 91 zeigt auf einen Gesamtbericht des SD-Oberabschnittes Donau über diese ganze Angelegenheit und fängt auf Seite 3, glaube ich, ist es, ja, 3 an und stellt fest, die Aktionen in der Ostmark sind fast überall bereits vor Benachrichtigung des SD und des Stapos in Kraft getreten. Und ich entzinne mich zwar heute nicht mehr, ich entnehme es auch nur den Akten. Daher musste die Sicherstellungsaktion innerhalb der israelischen Kultusgemeinde und der übrigen jüdischen Kultusgemeinden zu spät gekommen sein. Warum man diese Sache an mich aufgegeben hat, hängt zusammen mit den Worten, dass die Nebengebäude und Amtsgebäude völlig, vollkommen demoliert und in Brand gesteckt wurden und damit das Interesse, was ich daran hatte, ebenfalls verbrannt worden ist. Sonst wurde ich mit dieser Aktion weder befasst, noch habe ich irgendwelche Anordnungen oder Weisungen erteilt, als wie einzig und allein die, das an Archivmaterial zu retten sein muss, was eben zu retten möglich war. Sonst von der Aktionen die Schmachin Flach der erste, dass der erste Zeit, dass es nicht mehr als die Tickung ist, dass die Anerkion, die der Gankseffel, die Stichon genießen, die ganzen Tische geteignungen, die die Tickung hatte, die die Klingel verbreiteten, um bis zum Schleuchte, und es ging aufzumulter, um auf jeden Fall vorzum. Und die Gankseffel, um die Tickung zu verbringen, die Arbeit der Habequen, um die Ganaan zu bezeugen zu einer, was ich beurte, um am Worten, wenn du das gestellet, . ... Vielen Dank. 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 ... 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 ...... ... Ich habe mich, dass in der Kirche der Kirche von Wiener die Menschen in der Kirche verarbeitet wurden. Und das ist vielleicht ein Zeug, dass sie nicht in der Kirche der Kirche verarbeitet wurden, die in der Kirche verarbeitet wurden. Das war auch nicht. Das war auch noch ein Dr. Leibner Herz. Das war nur in der Kirche. Untertitelung des ZDF 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 des ZDF Untertitelung des ZDF 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 ZDF des ZDF 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 des ZDF des ZDF